Na du? Reiniert ein bisschen die Stimmung, um ehrlich zu sein. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt, aber der Schatten der dunklen Seite wiegt schwer in diesem Grab. Wir kennen nun Q-Jeds Vermächtnis. Er zerstörte die Astriums und die Leben aller, die gegen die Herrschaft der Weisen waren. Diese Zepho waren einst Q-Jeds Feinde im Weltgegen der Tyrannei. Vergib mir, ich war zu lange auf diesem Planeten. Mein Geist entgleitet mir langsam. Ich kann nicht weiter. Ich muss zurück nach Zepho. Wow. Der Mann in der Arena. Hey. Na, Dialog oder was? Ja. Überrascht. Wusstet ihr das? Ich bin nicht interessiert in der Macht. Ich will den Regen. Restore die Jedi-Regel. Ja. Oh, du poor Fynn. Es ist vorbei. Jedi fallen lange vor der Barsch. Sie haben meine Tradition gestorben. Die sind durch unsere pastigen Glorien. Malikos hat vollkommen recht, auf jeden Fall. Aber... Aber es ist niemals vorbei, Malikos. Wir stehen hier jetzt. Die Chance, zu lernen. Zu neuem Ausbildungsveränderung. Die Jedi lernen. Es gibt kein Zukunft für sie. Wie kann ich das nicht sehen? Es ist Zeit für etwas Neues. Du und ich. Wir können etwas anderes bauen. Ja, warum nicht? Idealist. Na gut. Und Dathomir wird dein großartig sein. Schürst du bei uns. Schüsst du. Spannend. Derbe. Und zur Seite. Das ist schuldig. Schüsst du. Schüsst du. Schüsst du. Schüsst du. Schüsst du. Schüsst du. macht sogar macht direkt voll reich doch aus junge wie du hast das fast nicht gespürt hier blick doch mal später mach ich doch ausweichen er hat mich gerade weggedrückt ich habe gleich noch hilfe bekommen sicher Ja. Es gibt noch die Hände. Es war falsch zu denken, dass ich mit mir stehen kann! Möchtest du? Ich hab' aber geahnt, dass ich mir noch hilf' Schieh doch auf und mach was, Cal! Geh' auf, Cal Kestis! Du bist noch nicht tot! Sehr gut, Jens! Ich geh' grad' auf die Nase und dann sagt sie sehr gut. Okay. Das kriegen wir besser hin, auf jeden Fall. Aber, ne, ja, das ist ja erhöhte Schwierigkeit. Wenn ich bei einem Boss sterben würde, dann wär's ja viel zu einfach. Hat da irgendwas mit General? Was? Äh, ne? Der Wanderer. Äh, was? Der Wanderer. jetzt jetzt du eine wahl trefft sich anderen störst du mal gucken ob jetzt direkt in phase 2 starten dürfen bei dem einen kampf war das ja sonne ist zumindest nicht hier die säule ist nicht hier ja Locked off, hallo Ehh Dann a combo da für For free Ist ja gut Ich versuche es zu blocken, war nicht klug Alter Schlimm ist, bei manchen Witter-Kombos kann ich auch nicht so viel machen Nicht einmal am Anfang den Block verhauen, ne Komm, kill me if you dare Doch Machst du halt das nochmal Oh Oh Hinter, wegbleiben Immer am Gegner bleiben Im Ernst Geh gemein, was soll ich denn dagegen machen Soll ich das wegschubsen, oder was Soll ich denn jeden einzelnen Er schleuert da sieben Brocken auf mich Und soll ich die alle wegdrücken, oder was Wie soll ich denn so viel Macht herkriegen Macht doch gar keinen Sinn Soll ich ausweichen, einfach nach hinten Kann auch nicht unterbrechen, weil er mich Während er da hinter sich die Dinger da beschwört Ah, ideal Komm her Komm her Wut an irgendwas auslassen Das Lebenverlierer ist nicht so schlimm Das krieg ich eh wieder, sobald ich ihn haue Deine Wahlen Hätte überleben können Danke Komm schon, ich schaff das Wirklich So, jetzt setzen wir uns einmal gerade hin Suchen wir uns einmal den richtig guten Poncho aus Mit dem wir bis jetzt viel Glück hatten Kannst du mir auch nicht erklären Und machen den jetzt lang Nicht wahr? Komm schon Dotschi will nicht schützen Töne das wieder Alter Mann Alter Mann Pressen Pressen, pressen, pressen Deine Chance hier Weck du einfach so viel du willst Ah, ah, zu spät ausgewichen Zu spät? Ne, ich glaube zu spät Oh, jetzt kriegen wir gleich die Unterstützung Immer festes draufhauen Komm schon Nicht nach vorne ausreißen Für ausgewichen Ah, okay, den ersten einfach eine Abflockung Dann gehen die anderen auch down Gut zu wissen Das war voll mein Problem Glockt habe ich Glockt habe ich Das ist ja hier Lächerlich Ne, blocken danach Okay Wer den roten Dings macht Weiterhin Auf der Hut bleiben Ja Ja Weiterhin blocken Ja Ja Ah, daneben Und weiterhin blocken Und weiterhin blocken Ich tue es Glock doch Ah, okay Was ist das? Es ist wie du gesagt, Marikosi Dothamir wird dein Geist Oh 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 Lass ihn in der Nacht liegen Mit seinen Geist Bis die Tod erzieht Wieso hast du mir geholfen? Um zu verhindern Um zu verhindern Der Gefallene Jedi Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen versuchten Versucht Malikos Kerl zu bereden Sich ihm anzuschließen Glauben der Ära der Jedi sei vorbei Prallen zwei Ideologien aufeinander Der Kampf eskaliert Und endet erst Äh Endet erst als Marien Kerl dabei hilft Den finsteren Malikos zu bedenken Wacke sie sein Sie passt doch gar nicht auf den Planeten Weil sie eine andere Rasse ist Als die, äh Karak oder wie die hießen Wie hießen die? Äh Auf welchem Planeten Statt er mir? Früh der Nacht Äh Steht hier irgendwo die So So Karak oder so Steht das hier nicht? Eure und vorne Hydrate Warum steht das hier nicht? So viel, so viel Krams hier Die Brüder Hm? Waren die Schwestern denn eine andere Rasse, ja? Komisch Oder nur die Männer haben diese komischen Hörner und so? Ich weiß nicht Na gut Was machst du hier wirklich, Cal Kestis? Diejenigen, die diese Tumbe Die Zeffo Die haben ein Objekt genannt Die Astrium Es öffnet eine Valle auf einem distanten Planeten Innerhalb ist eine Liste von vier sensitiven Kinder über die Galaxie Aber der Empire ist auch zu suchen Welches Empire? Der Empire? Der 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 Exterminate Vor-Sensitives damit keiner kann gegen ihn? Dann wird es für Dothamir vor lange Wie die Kriege Ich werde dir helfen diese Astrium Mhm Nett Danke, dass du mir mit Nalikos helfen hast Ich dachte, ich war ein Goner für einen Moment Ja, du hätte sterben Genau Ich bin glücklich, dass du nicht Es ist schön, einen Alli zu haben Ja, ich mag den Sound davon Du bist willkommen, Cal Aber Ja Ja Bei den Brüdern der Nacht kannst du dich für Schwerte halten, ne? Irgendwie sind die Äh, alle sehr höhentot irgendwie Wahrscheinlich gehst du bei denen als Hexe Oder sowas Wo du deren Anführerin bist, oder? Lass uns nicht in diesem Ort Ja War gut Dieses Ort Es ist Hörer Was auch schon so Bisschen so der Tropos, ne? Der Hauptcharakter ist ein Mann Und wir haben fast nur mit Frauen zu tun Irgendwie Und halt Hässlichen Männern Also Unserem Also andere Männern, die quasi keine Äh Die quasi keine Gefahr für uns darstellen würden In einer Beziehung oder was auch immer Nämlich unser Unser Luftschiff Äh, unser Pilot Sowas Äh, ja Häufig benutzt so Ja, nur mit Frauen zu tun, im Ernst Das könnte jetzt auch ein Hexer sein, oder nicht? Warum muss jetzt Äh Die gefallene Jedi da auf unserem Schiff Muss eine Frau sein? Auch wenn, also Naja, nichts läuft Ja, auf der dunklen Seite Die sind beides Frauen Die hier und die In der ersten Ordnung Äh, von Nun Wundert mich fast Wundert mich fast, dass der Äh, Jedi-Meister hier keine Frau ist Die Herrschaft Der weisen Kujet Dieses Relief Zeigt Kujet Der seine Feinde in Endende Da ist es Muss ich noch ranziehen, ja So einfach Na gut, muss ich halt selber in die Hand nehmen Was, nicht immer noch größer? Ja Ich weiß Wie man gut alleine sein kann Lass uns zusammen alleine sein Wie ist das? Äh? Äh? Ein sehr guter Freund von mir sagte mir zu gehen Und finden mein Platz in der Galaxie Und du hörst? Oh, nein Nein Aber Aber Leben hat diesen lustigen Weg Um dich auf den Weg hin zu gehen Anyway Jetzt bin ich hier Oder zumindest erwartet Ein Weg hin zu gehen Mhm Möchtest du nicht mitkommen? Ich werde dich mitnehmen Ja Du wirst? Ja Ich habe lange Zeit für eine Chance für eine Chance für meine Schöne Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Ich will, zu kämpfen bei dir. Nightsisters und Jedi nicht zusammengekommen aber Survivors wir adapt Ja Ja, ich glaube wir Was denkst du BD? Hm Ich agree Meine Crew, die können sie ein bisschen überzeugen sie Dann wir überzeugen sie Okay Yay Ähm Ein neuer Anfang Da sie beide überlebende gefallener Orden sind fangen Meryn und Kale an sich gegenseitig zu vertrauen Nach ihrem Sieg über den finsteren Malikos erkennen sie den Vorteil einer Zusammenarbeit beflügelt von Kales Worten beschließt Meryn Datomir mit der Crew der Mantas zu verlassen und in der Galaxis ihren eigenen Weg zu gehen Okay Theoretisch muss ich sie dann nur mitnehmen und woanders absetzen Wobei sie ja noch Bock hat sich berechnen im Prinzip am Imperium so ein bisschen Was? 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 Cool trick Ach Es ist keine Weg zur Fähre Es gibt jetzt Es gab es ja Wir waren, die vorher ich habe Ich wollte sehen wie du ich mich testest Und du passest? Herzlichen Glückwunsch! Kannst du mir helfen? Ich bin sicher, dass du ihn verhandeln kannst. Zwei! Ah! Er ist unten? Okay, jetzt du. Bist tot? Hm, okay. Na gut, zählt wohl als Abgrund, wo er hingefallen ist. Yippie! Diese Frau, die du mit reisen hast, wer ist sie? Sire? Warte, wie kennst du sie? Ich habe deine Kampagne gesehen. Marikos wollte mich attacken, aber sie haben keine Gefahr. Sire, ähm... Sie war damals ein Jedi. Das ist eine lange Geschichte. Ich würde es lernen. Hm. Vielleicht da oben schon? Glaub nicht. Kommt man da hoch? Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Na, irgend so ein Macht-Dingens? Eine Keule. Wir sollten nicht hier sein. Dieses Ort ist kursiert. Nimm dich Angst. Erinnere dich, wir haben ein Problem. Du hast mir geholfen, deine Magie zu zeigen. Hm. Suche nach Macht. Malikos verlangte von Meren, ihn durch die Ruinen zu führen, aber sie hatte Angst. Sie wusste, dass er nach Macht steht. Also ihre Magie hat nicht so viel mit der dunklen Seite zu tun auch, ja? Das ist ein Schwert. Opferritualschwert, oder so? Schöne Schöne. Dieser Mann hat gesagt, uns unsere Vengeance geben. Aber nur, wenn ich ihm unsere Magie zeige. Entschuldige mich. Ich muss mit Malikos zusammen sein. Meren's Pakt. Meren flehte ihre verlorene Schwester um Vergebung, schloss einen Pakt mit Malikos und legte ein, ihn Macht zu leeren. Fürchtete aber, sie könnte ihm nicht vertrauen. Ich werde dich am Schiff treffen. Jo, bis später. Ähm. 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 ist, was ich vergessen habe. Sie ist auf der Karte nicht angezeigt. Auf der Karte wird noch was angezeigt. Nehmen wir an, ich bin das letzte Mal auf diesem Planeten. Leider funktioniert der Fahrstuhl nicht. Echt vergessen zu aktivieren. Ich bin jetzt auch zu faul, da jetzt runter zu laufen. Ihr bleibt jetzt in eurer Kokon? Ja. Der Meisterin ist ja auf meiner Seite. Sozusagen. Warum eigentlich hat sie nichts dagegen, dass ich hier diese... Warum? Wett? Wett? Warum? Warum hat sie nichts dagegen, dass ich hier die Leute töte noch? Fühlt sie sich mit denen gar nicht verbunden? Ich meine, sie ist hier aufgewachsen auf dem Planeten, oder nicht? Ich kenne sie sogar ein, zwei der Leute, oder wirklich einfach nur willenlos und dumm. Also, die die Brüder hier der Nacht, zumindest hier. Die Schwestern hat sie auch nicht zurückgepfiffen. Hm. Hm. Na denn. Der meiste Poncho hat übrigens mal wiedergebracht, ne? Tschüss, Datomir. Vielleicht komm ich off-stream noch mal, also off-stream. Und nehm da auch noch mal wieder und mach da die restlichen Sachen. Oh. Du hast es gefunden. Oh, oh, wer ist das? Was soll das sein? Das bedeutet, dass ich dich mit dir steuere. Sie, Gris? Das ist Maren. Sie ist eine Wache, nicht sie? Eine Nachtsister. Ihre Angst ist nicht notwendig. Ich konnte nicht die Ashrin ohne sie. Wir kämpften Malakos zusammen. Ich信 sie. Und wir信 sie. Ja. Du. Du hast es gewonnen. Ja, okay. Okay. Guck mal. Sie. Ich versuchte nichts lustiges. Willkommen ab. Ich liebe dich. Ich weiß nicht, was du sagst. Hm. Hm. Wie so ein Hund, äh. Äh. Neue Verbündete. Maren ließ Kahl passieren. Kahl. Kann ich Kahl. Warnte ihn aber, dass ihn Malakos erwarten würde. Malakos versuchte ein letztes Mal, Kahl auf die dunkle Seite zu ziehen. War er denn auf der dunklen Seite? Mal ganz ehrlich? Eigentlich nicht, ne? Er war nur realistisch. Denn der dunkle, äh, der Jedi-Orden ist kaputt. Und er hatte nicht Lust, ähm. Ja gut, ähm. Hm. Malakos war halt auf Macht aus. Das ist der Weg zur dunklen Seite. Aber der, der hat sich so vernünftig angehört. Im Gegensatz zu all den anderen Sith und keine Ahnung. Die einfach nur wahnsinnig waren so ein bisschen. Ja. Äh. Na gut. Ähm. Ja, aber zum Angriff über. Als dieser sich weigerte. Malakos schien zu gewinnen, bis ihn Maren mit ihrer Magie intakierte. Gemeinsam gelang es ihnen Malakos zu bezwingen. Anschließend erklärte Kerl, er sei wegen des Astriums nach Dathomir gekommen. Maren versprach ihm zu helfen. Und schließlich fanden sie ein Astrium in Kujets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte. Ihr Volk. Wo sie kein Problem damit hat, wenn ich die unterwegs töte. Hm? Stu ist bereit, nach Bugano zurückzukehren, um nach dem Holocron zu. Hm. Kapitel 5. Das heißt, gleich startet Kapitel 6, ja? Der Kapitel, das so hört. Ähm. Aber auch mit... Wir sprechen später. Ach ja. Ein bisschen ist sie ja so, 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 so Emo, ne? So... Ja. Bin ich ja nichts gegen. Gothic mäßig eher, vielleicht. Okay. Das Lichtschwert noch einmal anpassen. Oh, jetzt sind die Blumen auch gewachsen. Die Blumen? Du klingst mich? Bist du sicher, diese Blumen sind sicher? Die werden ziemlich groß. Ja, sie sind in meinen Palmen, die jeden Tag schritten. Aber ja, sie sind gut. Sobald ich sie nicht vergessen habe. Das ist sicherlich. Hier, die links, die Dinger wahrscheinlich. So, dann ändern wir noch einmal das Lichtschwert und dann sind wir zum nächsten Planeten. Zu Zephod wahrscheinlich noch. Äh, ja. Äh, behalten wir die Farbe? Hm. Einmal rosa. Äh. Ein neues Metall? Weiß? Das ist aber vorher nicht, ne? Ja, das. Wett? Ach nee, das ist... Nimm mal das hier. Hier. Hier nehmen wir mal ein anderes. Leidenschaft? Warum nicht? Schalter. Hm. Hier ist noch ein. Terri. Wunder. Ah. Ungeschlossenheit. Wie kann ich Sierra John dann... Ne, da ist er automatisch mit drin, ne? Auf der anderen Seite. Sehr merkwürdig. Hm. Was? Guck mal so. Wie sieht es aus, als könnte man da irgendwie herangreifen, ehrlich gesagt. Egal. Egal. Ähm. Ist da noch was Globiges dazu? So richtig. Ja. Wo vielleicht? Hm. Nein. Hm. Hm. auf zum nächsten Planeten. Hallo. Ähm. Ja, hier. Äh, wie viele Anläufe ich für Malikos gebraucht habe? Äh, drei, ne? Glaube ich. Ich glaube drei. Ähm, erst der Planeten aufsehen. Interpretierst das, dass die Totenschwestern, sobald sie erweckt sind, hat sie keine Kontrolle mehr darüber. Das ist auch das, was Malikos sagte. Ja gut, aber das Problem ist, dass da ja auch diese Brüder sind, die mich die ganze Zeit angreifen und egal wie sehr die nach Stärke streben sozusagen, um sich zu messen mit mir wahrscheinlich dann, macht das irgendwie keinen Sinn, dass gleichzeitig quasi für ihr Volk jetzt auf Wanderschaft gehen will und gleichzeitig ihr Volk ihr so egal ist, dass ich sie umbringe. Hallo, auch dein mit Katta. So. Mein lieber Streamchat hier. You remember me. I came to Pogano looking for my former master, Eno Cordova. Hi to you, too. You two must have spent a lot of time together alone on that planet. Hm. You must have left right after you were activated. Do you remember the last thing Cordova said to you? Good luck, Jedi. May the Force be with you. Also hat er jetzt seine Erinnerung wieder? Cool. We're about to drop out of hyperspace. Sit down. You think it'll work? It worked for Cordova. You can make a joke. She's right. Oh, hey, is anybody hungry? I was thinking of whipping up some Skaz steaks. I'm sorry, am I interrupting? No, Captain. And we couldn't have gotten this far without you. Oh. Oh, it's... It's true, Grease. Thank you. Hey, I hope you get in there and you find that hollow thing. Hallocron. Are you sure it's something you should find? Hm? What do you mean? The children on that list. If you take them from their homes to train as Jedi, won't they be hunted like you? Yep. Sie ist ganz schön schlau, hm? Kept out the hands of the Empire. It'll help us put an end to the Empire. Oh, hey, change of plans. We're arriving. Oh, Grease. Yeah? I take my Steaker Air. Huh? Okay. Now we're talking. Der Pilot der Mantis, während ihrer Reise gewinnt, Grease vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes Essen und seiner Urgroßmutter. Wirklich? Ja. Als seine Fähigkeiten als Pilot auf die Probe gestellt werden, muss Grease zu einem Helden werden, von dem man nie gedacht hätte, dass er eben in ihm steckt. Hat das Spoiler für das, was jetzt gleich passiert? Ich vermute ja tatsächlich, dass mir das Imperium gleich noch die Liste abnehmen wird. Denn, also, in den ganz alten Star Wars Filmen, 4, 5 und 6, weiß ich nichts von irgendeinem Jedi-Orden. Und das Spiel heißt ja auch nicht der Neue Jedi-Orden, sondern der Verlorene. So, hm. Ja? The Last Orr, oder? Oder so. Von daher, alles doof. Ah. Sind hier draußen Leute, mit denen wir reden können? Hey! Oh, warte! Ja? Ich weiß, dass du diesen Helden bekommst. Kron. Nice. Du erinnerst. Du bist mit mir? Oh, nein, nein, absolut nicht. Nein, ich wollte nur sagen, dass, du wissen, diese Kinder, wir sollten finden. Sie sind Glück, dass du dich. Sie sind Glück, dass wir uns. Wir sind zusammen, Grease. Ich würde Lieden, wenn ich gesagt, dass ich nicht erwartet, dass du das gesagt hast, weil, du wissen, sie brauchen mehr als fancy magische Tricks. Oh, ja? Praktische Gelegenheit, Role Model, someone to look up to. Obwohl du so klein bist. Ein kompliziertes Arten. Aber das ist nur, wenn ich umgekehrt. Ich erinnere mich. Gut. Gut. Okay. Good luck, buddy. Funfact. Der Schauspieler, der für Grease die Stimme und Motion Capture hergibt, ist Daniel... Daniel... Robock? Geht man den irgendwoher? Kommt mir nicht bekannt vor. Auf Anhieb. No, meine Damen. Hier ist etwas witzig, was in diesem Ort. Die Energie ist anders. Ja, es ist anders als Dathomir. Ja. Dathomir ist intrikant. Sein alte Kraft ist aus den Schäden. Bogano fühlt sich mehr einfach, und zwar... ich kann es nicht herausfinden. Bogano ist speziell. Da ist eine Grund, dass die Zeffel gebaut ihre Vault hier. Wo dein Holocron wartet. Schrauben. Hmm. Dieser Planet hat seit Jahren seit Jahren geblieben. Waren die Leben, die du wirklich in Gefahr beschädigst, wirklich in Gefahr bevor du intervenst? Wir sind definitiv nicht mehr auf Dathomir. Nein, wir sind nicht. Ist das wie du es erwähnt hast? Den Rest der Galaxie, meine ich? Es ist so groß. Ich sehe jetzt, dass mein Leben auf Dathomir... ...liefert. Ich fühlte die gleiche Weise, um Bracca zu verlassen. Die Welt kann sich klein fühlen, wenn du durch den Vergangenheit geblieben bist. Ich denke, dass ich meine Zeit an der Mantis mag. Ne, da war ich noch nicht. Das Landing Pad habe ich noch nicht untersucht unter mir. Ich war jetzt lange Zeit nicht hier. Also ich bin auch nicht zwischendurch zurückgekommen zu den Planeten. Ja. Ja. Ich werde die Gefahr in diesem Test, um ihn zu beschützen. Du bist über mich schockiert. Ich will nicht all diese jungen Dinge alleine trainieren. Ich werde gut sein, Seer. Plus ich habe BD mit mir. Ich weiß. Oh. Nur bemerkbar. Das könnte so sein wie alles, was ihr zwei vorhin schon erlebt habt. Danke. Wir sind bereit. Die beiden uns. Ja. Ich nehme immer noch an, dass das Imperium am Ende kommt mir das Holocron wegnimmt. Und deswegen sehen wir dann auch keine anderen Jedis in 4, 5 und 6 Star Wars Teilen. Muss ja, eigentlich, oder? Oder dass ich sterbe, oder was? Das ist das gleiche Art von Sphäre und Socken von Zephyr. Was denkst du, dass es macht? Hm. Ich muss das da links lang führen. Jetzt landet das da drin, richtig? Nee. Ähm. Muss doch da rein, oder? Hm. Achso, ich muss das auf diese Bahn bringen. Dann kriege ich einen Stim, ne? Ja. Klappt so nicht? Guck mal. Jetzt muss ich das von hier aus da rüber schicken, jetzt. Kriegen wir noch hinten. Ja? Krieg ich das nicht hierher gezogen? Nee. Ich muss das da hingeben und dann... Achso, und dann... Ah, ja, ja, ja. Ja, komm. Mach hier rein. Dankeschön. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Nee, das war zu doll. Okay. Ja, komm. Anhalten. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Jetzt. Komm, äh. Was ist der denn? Hm, 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 hm. Also, ich hab schon gesehen, da links, da wartet uns noch ein Stim, ey. Sie hätten das schon viel, viel früher hören können. Ist ja gar nicht so schlecht gewesen auf dem Schiff jetzt grad hier. Ach, Mann, ey. Ich hab was schneller. Äh, 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 äh. Hat's geklappt? Jawoll. Oh, ja. Äh, äh, fünf Stims. Äh. Es gewusst hätte wäre ich schon früher hergelaufen. Bestimmt, ne? W- Äh. Äh. Ich will dich nach Hause finden. So. Äh. auch klingen gefährte halten was ein bockling als blinden passagier an bord sie dich was die dich auf dem schiff unwahrscheinlich die wir doch da drücken aufs schiff und wir sehen das ist ja hinter mir in den nato auf den nato auf zeppel schon gemacht habe war nur am anfang auf zeppel war sonst glaube ich nicht wieder hier in nato was ist denn in nato große ding was hier war den habe ich gemacht unseren toter bockling war ist der winnato anders bevor ist falsch so auf zeppel bin jetzt nicht auf zeppel um auf bugano weiß ja nicht kann sein wo gehen wir als erstes sind da rechts sind eine blume doch blume da ist noch platz im terrarium naja da ist einfach nur so hier nicht den turm da untersuchen vielleicht die kann ich von hier aus eigentlich auch für andere planeten da das hier war kann man überlegen so viel gemacht habe ich einen venator geklickt habe an der stelle auf zeppel mit zwei jutas was auch immer das sind muss man an einem rechtzeitigen rund hoch klettern immer weiter nach oben klettern nie abbiegen kann man in das gestürzte raumschiff ach so das gestürzte raumschiff nee da sind wir nicht rein das ist hier da sind wir noch nicht rein aber ich weiß auf dem schiff hat auch schon einer gesagt auf dem auf zeppel oder wäre noch so ein schiff und so da war ich noch nicht rein nehmen hätte wir auch noch mal umschauen stimmt ich schwert mal gucken wo ich hier noch nicht war ist hier noch was mal dreimal gucken hier den planeten ja ich bin gespannt ob wir nachher gegen das große ding da hinten kämpfen oh hi ja ja noch einer noch einer jetzt ach man der will nicht runter gespüßt werden ich hab's geahnt au 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 mh 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 versuch das nochmal mit der zunge bitte kannst du das nochmal machen? mh ok kann ich den nicht mit der zeit anhalten und dann die zunge durchtrennen oder so? geht nicht schade na gut ich dachte da wäre eine mechanik vielleicht wow vieles im verbrauch kann die zunge auch rausziehen aha ja wie denn achso mit ziehen ja alles klar macht Sinn mit Machtmagnet hier links mhm was ist denn hier? was hast du da? mhm Kattenviecher mhm unten ist eine Tür die wir nicht aufkriegen ernst immer mittlerweile mal kurz heilen wenn wir wollen brauchen wir denn einen Schlittel dafür oder? würde ich jetzt direkt dahin kommen ne? wo ich hin will die ganzen geheimnisse hier mitnehmen mitnehmen mitnehmen